so hat hier seine neuen fäden gezogen also vernichten wir ihn mal eben mal kurz augmentor und manipuliere rein machen sonst aber hier ein kleines problemchen weil so op sind wir dann doch noch nicht ja sehr schön sehr schön er ist schon im schock aber wir müssen weiter manipulieren und augmentieren inner courage mehr kann ich gerade nicht machen dann drauf kommen die wie gut 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 schaden hauen schaden hauen immer feste drauf da läuft viel besser als beim ersten mal damals hat er wieder irgendein scheiß gemacht macht doch heißt er hat stopp gar gezündet oder da kommt metafähigkeit beschwören odin ab geht er tschüss gut sehr schön ok dem können wir ordentlich jetzt eine reihenführung geben jetzt mach nicht auf mich gibt da hat er wohlgemacht dieser drecks und dieser vermattelt seite kack und mann ja gib ihm richtig so ist gut na komm schöner blütenstreich nice ordentlich alles hoch treiben bei baton de los na komm werde ich hast keinen bock mehr was los mit dir hier baton de los gut schock zustand nice warum nicht gleich so sehr cool oh jetzt wieder leiden übel komm pferdchen nein nein da ist das spiel abgerauscht toll super finde ich gut doch nicht da habe ich aber schwein gehabt meine fresse ff 13 für den pc ohne scheiß kack optimiert unfassbar das gibt es nicht ehrlich ich hätte so viel schaden machen können man so ein scheißdreck hier und jetzt noch einmal hier den final flash wir schön noch mal im schock das gibt schaden 9000 sehr gut pc version und square nix mann außer ff 14 läuft da nix von nier automata ist auch eine katastrophe auf dem pc mann ein grund warum ich der neue nier replicant für die ps4 geholt habe man ne für die xbox one weil das echt habe ich kein vertrauen mehr zu schön wir können weitermachen schön drauf schnitzeln ab geht auch mach mal wir kloppen weiter auf dich drauf bis gerade so schön im schock zustand passt gut 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 schön drauf kloppen scheiß auch gut gar scheiß der hund war drauf was auch immer da machst und caspars ich muss nur gleich aufpassen wenn du doch mal hier so ein strahl zügner okay komm ich will mein glück auch nicht zusätzlich herausfordern sehr gut und weiter kommt die bieben schön heilen leute wie wärs mit ein bisschen medica das wird helfen ja gut 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 weiter 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 schön hoch heilen leute nein oh gott geht der mir auf den sack nein ich krieg die krise leute medica wie wärs ja die wollen sich erst hochheilen da kann ja auch nichts gott ist der nervend meine fresse mach komm so tschüss einmal zweimal auf snow sehr gut und noch mal medica auf fang sorry das muss ich so machen sonst bin ich hier echt am arsch oh je so haben wir noch einmal hier heilen und dann kann ich ne so schluss jetzt oder vergeltungs ballade mit manipulatoren die schnauze voll so augmente und manipulator das kann was werden ok 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 jetzt sind wieder alle im stopp gar das gibt's doch nicht dann ist doch nicht normal mach voran komm da geht noch was alle schön hoch pushen los ey der ist doch echt bekloppt banga komm ich bin auch zu voll von euch so jetzt gibt's aufs maul ok gut 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 das gibt's nicht was für ein penner ehrlich ey ist doch nicht normal oh je das kann ganz böse hier enden gerade ich sehe auch schon den zeit counter von meinem inneren auge ja sicher weiter stopp gar reinhauen man echt du blöder penner ich brauche noch einmal meine meine beschwörung echt oh nein die scheiße mach doch interessiert mich nicht mehr komm hoch heilen leute scheiß auf medica oh je okay so wir sind alle hochgeheilt und jetzt angreifen los scheiße da hat sich schon wieder geheilt der penner meine fresse gib ihm scheiß auf gift gar scheiß drauf einfach echt einfach drauf kloppen komm der ist gleich im schock der ist gleich im schock der ist gleich im schock nein mann ich drehe am kabel hier gib ihm er das ist in hier los gogogogogo gogogo heilen 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 so jetzt und drauf packen 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 schon ich will nicht dass der zeit count zeit counter kommt los bombarton der luste hund ich drehe am rad echt jetzt er nervt mich so hart er nervt mich so jetzt mache ich auch mentor manipulator weil ich hier echt die schnauze voller so nochmal hochheilen vorsichtshalber ja toll macht doch sein höhen gelächter juckt mich jetzt auch nicht mehr ja einmal hochheilen so war schon die richtige entscheidung und nochmals no kommt macht gut und jetzt angreifen volle kanne drauf ach ja gut aber dafür hat er jetzt da die ganzen status veränderung also passen die wie ordentlich zucker ja ja das magste doch sehr schön gleich ist er im schock gleich immer im schock immer weiter drauf packen kommt dann hamburg hoch mit dir ja es schock zustand wams miss muss er mich jetzt entwaffnen der blödmann gut kriegt da halt ruinen gar rein ist mir doch egal und hochheilen schön hochheilen 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 so und drauf ballern drauf ballern drauf ballern drauf packen sehr gut vielleicht auf sein gift gar kack drauf einfach drauf packen komm 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 yes nice gut jetzt können wir uns wieder hochheilen und gleich mache ich wieder den augmente und manipulator rein aber erstmal muss ich hier die ganzen status veränderungen wegbekommen ganz ruhig bleiben das packen wir das können wir schaffen alles easy denn der ist bei weitem nicht so schwer wie damals so jetzt den augmente und manipulator rein so macht mal alle sehr gut einmal zweimal ja und dreimal gut nochmal eben hochheilen so bäms medica rein ballern medica rein ballern sehr gut und nochmal medica rein ballern ja jetzt kann ich eh gerade lassen auf heilung und jetzt drauf ballern drauf ballern drauf ballern drauf ballern übel drauf packen komm gib ihm richtig stopp gib ihm richtig stopp scheiß auf die roten blinkenden lämpchen da unten immer feste drauf komm spring in den roten bereich komm da geht noch was yes 300 prozent sehr schön sehr schön riskieren risiko komm oh nice sehr 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 gut oh da fliegen die zahlen da fliegen die zahlen leute sehr schön sehr schön sehr schön komm der hat nur noch knapp 15 prozent und hochheilen hochheilen schnell alles hochheilen was geht nein 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 das wagst du dich du hund megavita dafür muss ich jetzt zwar zwei dinge opfern dafür kann ich sofort angreifen ist mir egal dafür habe ich jetzt die beschwörung geopfert dann machen wir das halt so ist mir kackegal alter wie du mir auf den sack gehst ehrlich na komm 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 da geht noch was da geht noch was yes und jetzt draufhacken 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 alles was geht alles was geht dann haben wir komm ja mach doch ach scheiße einmal hochheilen so geht schnell jetzt macht er wieder stopp gar übelst nervtönt echt so schock 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 immer draufhacken snow ist gleich down warum verliert er denn so viel energie was ist denn hier los ach wegen wegen gift unfassbar nein ok snow ist down snow ist down nein nein heilen 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 schneller hochheilen 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 komm schon oh god hochheilen leute das dürfte jetzt hier schwer sein nein beide sind in stopp nein komm sei nicht so ein assi batondolos ey das gibt's nicht das ist nicht wahr ich krieg ich krieg mich nicht mehr hochheilt und ich weiß nicht warum du blöder kackpenner echt engel man so schluss jetzt hochheilen nein so gut gut wir sind nicht mehr im roten bereich alles easy schön hochheilen komm eine runde medica passt nochmal auf peng sonst wird das hier nie was komm hochheilen ich komm aus dem heilen nicht mehr raus echt übel scheißdreck so jetzt angreifen komm gib ihm der hat doch nur noch irgendwie so 10% jetzt gebt ihm doch mal hier stopp komm der will richtig stress haben jetzt gib ihm das auch mal ja sehr schön weiter 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 wir haben ihn gleich wir haben ihn gleich sehr gut schock 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 sehr nice gib ihm alle drei auf einmal los komm schon da muss noch was gehen hier ja sehr schön und weiter und weiter kommt die anderen beiden das klappt oh nein was macht der da nein oh nein 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 sehr schön banga gemacht damit ist alles weg und wir können wieder zaubern mir bleibt ja gar nichts anderes übrig der drängt mich hier so in die ecke das ist ja unfassbar scheiße was für ein blöd man oh je so hochheilen hier auch nochmal und dabei bin ich schon so op das ist ja übel destroy the world destroy the world du mich auch mhm toll mach halt blöder penner ich kann nur hochheilen ich kann nichts anderes tun ist ja unfassbar so jetzt nochmal hier Augmentor und Manipulator das war da D-Wall draufkloppen ohne Ende sonst gibt das hier gar nichts mehr ja hat schon wieder die Waffen geklaut das ist ja unfassbar so inner und courage drauf komm jetzt ist Schluss ja komm gib ihm yes 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 oh ja man komm wir sind jetzt auch noch im Hass das klappt das klappt hier yes oh oh Zeitcounter 3000 Sekunden noch Zeitcounter und rote Leiste schlecht aber wir haben ihn oder komm einmal noch ein Angriff gebt ihm Feuer yes boah war das Hardcore holy shit aber 100.000 Kristallpunkte nice the time has come allow me to extend my invitation to save a people beyond salvation there is only Ragnarok kakun kakun suffers release her from the pain kakun leidet beendet schmerz alles klar man du saftsack unfassbar der denkt auch der kann uns nur rumkommandieren oder man 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 na gut allerdings wie das hier weitergehen wird sehen wir in einer neuen Aufnahme Session puh der Boss verharrt aber herzlich bis dann und ciao euer let's play eGamer powered by eGamers Network TV Fall